Die motorintegrierten Servoantriebe der Baureihe AMI 8100 können mit einer Lastspannung von bis zu 48 Volt betrieben werden. Sie lassen sich mit den Onboard-Tools von TwinCat 3 einfach und schnell in Betrieb nehmen und auf die Anforderungen Ihrer Anwendung optimieren. Diese Servoantriebe wurden für den schaltschranklosen Einsatz entwickelt. Sie bestehen aus den Motoren der AM8100er Baureihe, die um eine Leistungselektronik erweitert wurden. Die Schutzart IP65 sowie die vergossene Leistungselektronik sorgen für ein hohes Maß an Verfügbarkeit, auch bei rauer Betriebsumgebung. Die integrierten Servoantriebe gibt es mit Single- oder Multiturn-Feedback. Alle Varianten dieser Baureihe gibt es wahlweise mit oder ohne integrierten Sicherheitsfunktionen. Die Sicherheitsfunktion STO ist hier via FSOE ausgeführt. Dies bedeutet, dass die STO-Freigabe sicher über das Bussystem EtherCat übertragen wird. Des Weiteren ist bei den Geräten die TwinSafe Logic integriert. Damit kann bei Bedarf das Sicherheitsprogramm direkt auf dem Servoantrieb laufen. Den AMI gibt es in unterschiedlichen Stacklängen. Je nach Stacklänge lassen sich Drehmomente von 0,45 bis 1 Nm realisieren. Und das bei Nenndrehzahlen von bis zu 4500 Umdrehungen pro Minute, je nach Wicklungstyp. Die Leistungsaufnahme aus dem DC-Zwischenkreis beträgt dabei je nach Ausführung 4 bis 8 Ampere bei einer Spannung von 48 Volt. Diese Antriebe können direkt in das EtherCat-Netzwerk integriert werden. Der AMI verfügt über zwei zusätzliche IOs für antriebsnahe Funktionen, wie zum Beispiel das Latchen von Positionen oder zum Erfassen der Endlagen. Der Anschluss ist dabei dreipolig ausgeführt. Dies beinhaltet die 24 Volt für die Sensorversorgung. Diese kann man aus dem Applikationsprogramm heraus schalten. Somit ist dieser Anschluss auch als 24 Volt Ausgang nutzbar. Wie am Anfang bereits erwähnt, ist die Leistungselektronik vergossen. Dies ist nicht notwendig, um die Schutzklasse zu erreichen, sondern sorgt zum einen für eine gute Wärmeanbindung an das Aluminiumgehäuse und zum anderen ist der AMI damit besonders robust hinsichtlich Schock und Vibration, da er in den meisten Fällen hart mit dem Maschinenbett verbunden ist. Die motorintegrierten Servoantriebe der Baureihe AMI 8100 sind die ideale Lösung für schaltschranklose Antriebskonzepte. Die motorinten Servoantriebe der Baureihe Untertitelung des ZDF, 2020